Musik So, Jan und Tomate wurde dem Team MC Tomaten zugefüllt und die Adelaide sind sie auch So, und ihr wollt jetzt die Farbe rot? Ja Ich kann gar nicht schlafen Kannst du? Bitte geh halt ins Bett, dann kannst du es auch eingeben Schau, ich kann jetzt hier auch gar was eingeben In Koller, in Koller, in, ihr wollt jetzt Red So, jetzt habt ihr Red, warte, warte, ich komm Au, du bist so dumm Da guck, und jetzt halt ihr auch schon In Chat werdet ihr schon Red angezeigt Und das ist scheiße, wenn zweimal Red im Chat steht Das heißt nämlich, der Typbratter hat seinen eigenen Typbratter erschlagen Das ist ein scheiß Und euer Bett ist schweben Da war ein Zombie Hey Mann, bist du noch nicht rot? Warte Ach Nein 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 Wattdaf Fuck Ich hab mir jetzt echt viel Leben aufgezuckt Hey Auch nicht in mir rum Alles in so Ich hab' mir mal alle ein Rejoin bitte, sonst kicke ich euch Ich hab' ne Frage wo jetzt dieses scheiß Hühnchen wie die viel Entschuter Zäh 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 Vander Aber der hat gerade unseren Reizen in Trump So kommt Creeper Komm, komm Gott um zu Babi Zäh Ba, wo grape AR –ガ Banne Säh M Säh Ihr sollt neu joinen, habe ich gesagt. Dass ihr überall rot angezeigt wird. Ach, jetzt ist es sowieso. Ich bin nicht rot, ich bin nicht rot. Kann mich mal bei F5? Ich kann bei F5 am besten schlagen. Ja, weil der Olli sieht dein Name rot, du erscheinst im Schiff, glaube ich, rot. Ableble. Aha, was ist los? Das wollte ich eigentlich lieben auch. Aber der Form von der F5 ist eigentlich gar nicht so schwer. Oh, das ist fein. Oh, meiner. Meiner, meiner. Meine. 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 Aber das hier muss stehen, oder was? Ja, dann... Ha, 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 ha. Was heißt ha, ha, ha? Ach weiss, man kann so eine Bäume eigentlich reinspringen. Soll ich mal die Bäume abholzen? Ist mir lieber. Schau mal, da kann man reinfahren. Nee, ist ja auch einfach. Alles hier. Stehen. Jawohl, Leid, Morda. Ähm, krieg ich noch alles? Nein. Upsi, jetzt habe ich aus Versehen den Todeskornzacke removed. Mist. Mist. Hä, das, während des Todeskornzacke dann auch immer so, Mist. Zeitbar. Ja. Hm, wie siehst du, dass ich im F5-Mode lauf, Nina? Wuhuhun. 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 Wuhuhun ist. Nee, ähm. Liss. Ähm, Tode? Ey. Jan, du hast ja schon zwei Tode! Echt? Ja. Ja. Weil dann ist es... Als was wird es gezählt, hä? Sobald du stirbst. Ja, und was ist daran so schlimm? Und die zwei Tode? Echt? Weil dann ist es... Als was wird es gezählt, hä? Sobald du stirbst. Helf sein. Helf? Was war denn das jetzt schon fast? Below Name. Leben. Aber Zeitbar funktioniert nicht. Ciao. Abbrechen. Ciao. Minus. Doppelpunkt C. Oh, mit welchen Dingen geht das nochmal, Karl? Karl 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 Was musstest du machen? Ach toll, ich will meine Items zurück haben, danke Ich will meine Items zurück haben Remove Health Slash EVB Game Mode Kreativ Läuft einfach mal bei euch zu nah Schaut, ob jetzt das Health von euch angezeigt wird Nein Aber dein Name ist Rot auf jeden Fall, Oli Nein, Oli, tu mal aufhören zu sneak, ne? Ah zwar, ja, lol, wenn ihr sneakt, wird euer Leben nicht angezeigt Aha Das ist eine coole Also wenn ihr sneakt, wenn ihr nicht wollt, dass... Na ja, während dem Kampf bringt es nicht viel zu sneaken, ne? Aber... Wenn ihr sneakt, wird euer Leben nicht angezeigt Aber die Farbe von eurem Kopf immer noch, also... Ihr zeigt dir wirklich, ja, guck, da bist du auch rot und dreißen Ach, ja, euer Leben! Ja, hat nur noch weiteres Leben! Jetzt noch zwölf! Ich hab auch meinen goldenen Helm, ich bin ja... Aber, ey, zeig mal deine Dingristung Mach mal eh, mach mal eh Ey... Die ist ja voll, ne? Ja klar, wieso ist die noch so ganz, ganz voll, ne? Ist ja klar, ne? Weil unsere, ähm, Eisenrüstung uns geklaut wurde, Jan Ja, ne? Alter, das ist sau unfair Was? Das ist sau unfair Das ist die scheiße gar Einrüstung wäre dann eigentlich kaputt beim Kampf Ja, naja, was ist das denn auf dem Kakao, das hier hinten? Das hast du gebaut, nicht... Bitte Schilder lesen Nein, das hast du gebaut, das bist... Das hab ich nicht gebaut Doch, als ich... Ich hab das definitiv, ich hab so'n Kakao, für die Schilder lesen Ja, das war mal hässlich, das war auch von einem Riefer, das war glaube ich von dem Riefer, ich baus mal gut her ab Nee, nee, das wollen wir noch der Halt, wir wollen nicht Alter, ich hab das nicht... Alter, ich hab das nicht... Da würde ich... Na ja, du bist bald Ja, du bist blau, ne? Ja, du bist blau, ne? Ja, du bist blau, ne? Ja, du bist blau Ja, du bist blau Ja, du bist blau Und zeigt, der hat einmal 18 Leben an, was ist oder eigentlich Mülling? Äh, so nur Leben bei dir Äh, so nur Leben bei dir Müsst dich was auch gar nicht Nein, Tim, wenn du dann wieder in Leben gehst, hast du immer noch die Lebenszahl, die du normal hattest Okay, kapiert du? Du kannst dich nur mit meinem Ausfragezeichen Ja, ich gebe dir gleich null mit meinem Kuss aus Du musst jetzt nicht in die Halt fallen Blablabla 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 Echt bist du stoben Alter, du behältst deine Einten beim Sterben, das ist ein Niederentschied rein Und den behältst du dann bestimmt dann kann Mach ich gerade auch aus Guck gern, ich tu den gerade aus Warte, guck, hier Kannst du mir die inventory parts So, und no, was mach ich jetzt eigentlich? Mist 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 Preis Obel und Lewton Obel und Tim Obel und Ingedirke Im Kurs Im Bismarck Leben dann baust halt mit den Dinger äh was mach ich denn jetzt Auer? ähm Waiting na danke ähm ok da muss ich mal kurz Out of the Villmode in der Masked On Evernote in der Masked Surge Positionen in der Masked Pills in der Masked Pills ah sieht das geil aus und dann I must so jetzt bin ich bei meinem Home was natürlich viel cooler ist als das von Dine ja dann zeig mal Eider wie er voll ja unser Haus wurde abgessen das bauen wir grad wieder auf aber Mist ähm kannst du jetzt diese Eisentürkraft ne? ne ja ähm Schalter dürfen bewegt werden ich weiß aber ja ich weiß wir haben sogar einen Squeering stand guck das habt ihr nicht ja wo ihr habt ihr die Nevers wir haben es geschenkt bekommen hier das ist unfair er hat uns geschenkt nur weil ihr die Stadt wieder von ihm aufgebaut habt ne ja und wo ist das scheiß Schwert hin? ah ja ich hab wenigstens 14 ich bau das jetzt alles so wie das war ich bräuchte Eichenholz then I go Eichenholzfarming ne kann ich mich auch mal hinzuziehen? ähm wo willst du mal einen Hopper von drüben Tim? ja ok dann Nein Ich mach die Bohr ich mach ein Bohr ich mach einen Bohr ich mach einen bohren hinzu Mit dem define das eine genau ich mach einen bohren Ja, gerne. Könnt ihr jetzt gerne gebrauchen. Ah, danke. Das ist ne Steinspende. Woher habt ihr so viele Weizen wieder? Weil wir einfach farmen? Mein Inventar ist voll! Von wem hast du diese Steine, Junge? Ich glaube, du hast mit Wölde nicht gebaut. Oh, hau. Das ist ja geil. Schau mal, der hat das alles mit Hand abgeholzt hier. Alter Schwede. So einen großen Raum kriege ich nicht mehr in zehn Minuten hin. Alles. Jan, wenn du das nicht hinkriegst, dann versprach ich mich, ob du Minecraft spielen kannst. Weil das einfach nur auf deiner linken Maustaste draufhalten kann. Ja, so ne? So, ne? So, ne. Der fahrend grad dann. Dein Spiezen erst, steht in den neuen Regen. So haultest du hier so eine Hacke liegen lassen. Gott verpreid, ich töte keine Tiere. Ich bin hier ein ganz entfarber, ich fahr mir nur im Weiß und ich hab sogar ein Pferd, guck mal. Süß. Warte, ein Pferd mit einer Goldrüstung. Und woher hast du das Pferd? Auch geschenkt. Cool. Ja, guck mal, hatte ich siebenmal die Goldrüstung aus, dann geht's los. Ja, das ist voll süß. Alter Tim, geschenkt, glaub ich krieg's dringend. Ich spiel jetzt über die Scheißschau. Darf ich mal versuchen? Ja, gleich, wenn ich da mal rüber springen könnte. Ich weiß sowas. Ich will diese Tür öffnen. Hast du durch die Tür nie? Ey, nein, komm ich nicht gleich. Das ist so fett. Ah, das Spiel geht jetzt über den... Befehl. Leicht nicht mächtig, du leicht nicht. Weicht nicht! Beäh! Geh, nehm ich nicht vor dem Nichts. Acht steigen nicht vor der acht, wie sagt hier mir ein Fenstge, dies. Ich kann hier nicht, ich kann Microsoft Craft den so bürgen, du nimmst... Ding, du ist so... Fährt nicht so viel Gras. hüpfen nicht über Zäule rüber und ich weh' nicht in der Luft gummen Kannst du dich mal ein bisschen um die Farbe kümmern ok Hüpfen 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 Hast du mir noch verrückt Oh ich baue mal den Setzchen wieder Ich geh' in der Scheiß Was willst du denn machen? Das war das Tor Ja du musst stecken doch außen Ein Tor? Was ist ein Tor? Lass mal Das Pferd ist oben drauf, das Pferd ist oben drauf Ja und die drehen sich nämlich immer auf dem Zaun Das machen die immer Wenn die auf dem Zaun stehen für ihre Lieblingsbeschäftigung Was machst du da? Hast du bei dir noch einen Namen? Nein, aber ich denke zwar noch das Pferd ist oben drauf Ich bin ja den Anstieg dann Ja und dann Ja und dann Ja und dann Ja und dann Dann Ja und dann und ein Artgenossen neidtum alt er ist jetzt und er er müsste noch eins sein so fährt um warum hatte ich jemand heraus ausgelassen. War eben nicht ausgelassen für mich. Er tut dir Sätzlinge runter schmeißen. Kann er darüber nicht springen? Eigentlich springen die Teilsaug. Ja. Ich hab mich nicht mit einer Zwölfspinke. Wie schön. Ich bin süß. Zuck, 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 zuck. Zuck, 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 zuck. Zuck, zuck, zuck. Ich hör auf und da alle raus. Dann müsst ihr mal ein Doppeltor machen. Hüchel, die Tau ab. Boah. Mach mal den Ton an. Das darf ich mal ganz kurz. Konter, je. Fies. Ich weiß nicht, wie man Schweine. Mit Karotten. Ich sag nicht, ja. Mit Karotten. Ja, verarscht nicht. Wie kommt es hier rein? Ich glaube, du bist die Mitte des... Nein, würde dich nicht lieben. Polizia. 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 Tenkt auch noch. Wenn nicht das Dünchen draußen. Jetzt hab ich hier komisch. Sonst was. Dünchen. Hom. Dünchen. E-Nachstatt. Dünchen. Hörer. Die Machern. Ernstisch. Das ist das Tietig. Du hau- und jetzt ab, die Punkt 1 Uhr. A A A A die St Ziegenstein Ziegenstein anstarten die Gipfel die Garten Nein ist er die nicht mehr K die St K Ich hätte sie lieber fahren, Mann. So, wir werden auch Hühnchen... Lass mich mal. Woll er nicht. Willst du auf ein Pferd setzen? Ah, kann ich aber auch selber. Warte, du bist nur noch ein bisschen... Ja. Rie, was mache ich jetzt? Wir haben... Ich baue, ähm, gerade Eisentür und so. Ja. Ach ja, ich baue mir zwei Eisentür, ich bin auch so blöd. Warte, hier. Hast du jetzt die komplette Farm runtergebaut? Du kümmerst dich jetzt mal um die Farm. Nein, ich will, dass ich hier erst mal draußen bin. Weil... Ich glaube nicht, dass der Robin das akzeptiert wird. Für niemand. Hey, schmeißen wir uns mit Eisentür rum. Nein, 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 schmeißen wir uns mit Eisentür rum. Das klingt aber geil, der Thron. Oh, cool. Ne, warte, mach mal bitte, weil sonst kann ich nicht spüren. Ja, ist wirklich so. Warte, du bist jetzt hier. Ach, da ist auch noch Eisentür drin. Aber das ist ja mal ein Scheiß. Ja, und du Tomate hat den Erfolg gestimmt. Ey, jetzt schafft es einfach nicht wieder zu spüren. Siehst du, das Pferd kann nicht drüber springen. Cool. Ähm, genau. So. Du schaffst den daughter und siehst einfach nicht so zu spüren. Eine ungeklassende volle meets Räume. Ja, das ist der Weg. Ich glaubst echt nicht. Jetzt was das gesagt haben. Und wer die? Was immer dann die Gold investieren? Aber das kann es auch diamanten Rüstungen tun? Ja, genau. Ja, genau. Der ist das gleiche? Die Tülle war die geilste wo, so wie es scharf so aussah, das Pferd, ne? Warte mal, ich kann noch anziehen. Untertitelung des ZDF, 2020